Griezmann und Messi. Griezmann und Ter Stegen, oder? Ja, Ter Stegen. Wieso? Dann startest du wieder auf 0. Wie kannst du auf 0 starten? Ja. Ja, sicher, sicher. Schönes Bild. Schau an diese Bildung. Oh mein Gott. Es sieht gut aus. Nein. Marcelo und Sergio Ramos. Hey, schnell, schnell. Das sieht verrückt aus. Okay, dein Punkt? Ja, zwei Punkte. Ja, ich sehe beide. Ja. Okay, der nächste. Renato Diabella. Ja, ich sehe. So schnell. Ja, das ist ein freundlicher Weg. Ja. Revenge von FIFA. Ja. Döner. Ja, Döner. Das ist ein normal Kebab. Oh mein Gott, was die Gold. Pfff, du bist auf Feuer. Wer hat? Oh, okay. Das ist wie Real Life. Das ist sehr gut. Ja, 0 Punkte. Das ist nicht meine Mutter-Language. Das ist nicht meine Mutter-Language. Nein, meine Mbappé. Wey. Wey. Das ist nicht meine Mutter-Language, so... Ich bin ja auch geboren, aber ich glaube, ich würde noch nicht gewinnen. Ich glaube, ich würde noch nicht gewinnen. Ja. Okay, der nächste. Griezmann und Messi. Griezmann und Testegen. Ja, Testegen. Ja, Testegen. Ja, falsch. Dann startet man wieder auf 0. Wie kann man starten auf 0? Oh, unglücklich. Messi, wo? Messi. Wo ist Messi? Ramos und Jesus. De Bruyne. De Bruyne und Jesus. De Bruyne und Jesus. De Bruyne und Jesus. Ja, mein Bade, mein Bade. De Bruyne und Jesus. Ich weiß nicht, warum. Das sieht so weird. Schau dir auf den Gesicht. Alaba und Lenni. Ja. Keine Punkte. Van Dijk. Van Dijk. Ja. 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 Giorginho und... Wer ist das? Es ist das... Es ist das... Äh... Es ist das Winger. Amerikaner. Oh, Kepa. Oh, Kepa. Kepa? Oh, das ist der Fass. Arrizia. Sorare und... Carrasco. Ja. Carrasco. Ja, Carrasco. Ja, Carrasco. Es ist Hakimi und... What ist Hakimi? Und... Es ist Eriksson und Sanchez. Hakimi! Ja. Erichson und Sanchez. Das war's auf jeden Fall von dem Spieler-Gesichter-Quiz. Ich würde sagen, Jadon hat gewonnen. Ein gutes Spiel, Mann! Vielen Dank, Herr. Danke. Danke. Wer hat dieses Spiel gewonnen? Schon auf der Kamera? Welches Spiel? Auf FIFA. Ja. Du hast gesagt, ja, ja. Wer gewinnt, wer gewinnt? Das FIFA-Games hier. Ja, okay, warte. Kamera, kannst du zum Spiel kommen? Kannst du kommen? Welche Minute ist es? Es ist 45, oder? Ja, nächstes Mal. Du kannst zurückkommen? Ja, okay. Wir haben nicht Zeit, um zurückzukommen. Aber das ist nicht fertig. Danke, Kamera. Ich wollte nur etwas sagen. Wir haben noch 1,5 Millionen Euro. Ja, nächste Mal machen wir den Revenge. Danke, Leute. Danke, sehr. Das war's, Leute. Reinhard, danke, Leute.